die die hierherkommt ja ich habe gerade Gegner kommen Horror Mensch auch schön dass ich irgendeine Waffe oder sowas angelegt habe, die man von so ein bisschen Stromschaden macht gerade nicht wie ich zu dir komme, ist das da oben hinten dann, nach links und dann erst runter auch formal, dass der Weg mich dazu geführt, ja sieht gut aus auch unendlich Stabila gerade siehst du das was da hinten grün leuchtet? ja das ist ungefähr der Leerboss das hat irgendwas bling gemacht ja das war bei mir auch ich glaube das was bling gemacht hat was ist denn bling? bling ist immer so ein Sockelsteuer ok ähh ich muss den Spell endlich gehen ach und ich trenne hier schnell die Spellete wiederbelebt von den Typen wenn wir Stunnen haben dann machen wir Schaden auf den Radament der kommt auch gelaufen und vergiftet die Fireballs die Fireballs die von den vier Typen im Hintergrund haben mir zu viel Schaden reingehaut mhm Problem ist die wird dann immer wiederbeleben ja ja die Deathmages hauen sehr viel Schaden drin ja das stimmt My Point ist da oben also es ist Zwei oder drei Etagen, die wir noch runter müssen. Zwei. Oder nur eine? Kann auch sein. Ja, auf Level zwei. Wir sind ja schon auf Level zwei. Und deswegen jetzt kommt die zu Level drei. Und dann da unten ist der okay. Also einen müssen wir runter. Mhm. Aber wir sind noch auf Level drei. Ich trinke mit, was ich tragen kann hier. Der hatte auch genug. Nur dann stand ich da drin und dann kam ich nicht mehr weg. Mhm. Weil er ja dann doch ziemlich... Was ist denn... Dirk? Hä? Ich habe gerade Dirk aufgesammelt. Ich weiß nicht. Ups. Aufgesammelt. Hm. Keiner. Kein Plan. Ich habe irgendwas aufgesammelt. Weiß aber nicht, wo es ist. Irgendwas aufsammeln ist im Zweifelsfall immer gut. Nein, das war falsch. Das war nicht der Weg. Da ist der Weg gut. Ich bin nämlich zu dieser Leiter gegangen, die da nach unten geht. Oh. Was verkehrt war. Kann man eigentlich auch ein Sicherheitsportal jetzt hier stellen? Ähm. Was ist für dich ein Sicherheitsportal? Ja, dass man etwas scheiße, etwas schneller, äh, äh. Hier wieder hinkommt. Hm, nee, halt sobald du dein eigenes Portal wieder benutzt, dann ist halt schlecht. Was man natürlich theoretisch ausprobieren könnte, ist, dass du ein Portal bestellst und ich stelle ein Portal und du gehst halt durch mein Portal und ich gehe durch dein Portal. Ja, aber weil mich ein Skelett eingekesselt hat. Ich bin noch nicht wieder da. Ach Gott. Also das für dich ist echt ein bisschen bescheuert gemacht eigentlich, dass du zu deiner Leiche hinrennen musst und dann die Sachen wiederholst. Also das ist echt was doof. Das haben sie auch zum Glück rausgenommen mit die Upload 3. Ey. Da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich etwas, etwas hinderlich. Etwas ist gut. Ja, weil, äh, du rennst rein und wenn du dann hinter einem Boss irgendwie gestorben bist, musst du erst an dem vorbei. Und der haut dich dann wahrscheinlich um und du kommst nicht zurück. Also das ist echt schon etwas, äh, sehr schwer, finde ich. Ja, stell dir vor, du hättest ein Hardcore-Card, ja. Gibt sich eine Mod oder so? Nee. Das behebt. Nee. Oder ein Cheat. Wir sind immer noch immer gerne Cheats. Nee. Also ein Cheat gibt es bestimmt, aber, nee, machen wir nicht. Ja, nein. Dann ich doch machen, das merkt keiner. Ja, aber nein. Weil mir guckt ja keiner zu. Ja, aber nein. Nie darf ich cheaten. Ja. Wir cheaten hier nicht. Ich will aber mal cheaten. Du darfst hier nicht cheaten. Ist das nicht schien. Warum ist meine Leiche jetzt wirklich da, wo ich das erste Mal jetzt geschehen habe? Wenn ich das erste, sondern zwei Leichen hast. Du musst dich jetzt beide einsammeln. Ja. Da reicht es einfach, wenn ich jetzt meiner wichtigen Laufe. Ich weiß ja nicht, was du jetzt in der anderen Leichen noch drin hast. Das ist besser, wenn du beider einsammelst. Nix. Sagst du? Ja, nix. Ich bin mit nix reingekommen und bin gestorben. Also nix. Mhm. Oder ist da jetzt irgendwer andere? Ich habe keine Ahnung. Nö. Daher nix. Und mein Heiltrank hat nicht funktioniert. Der Schaden von dem Typ ist auch abnormal. Und natürlich auch sehr doof, wenn du deine Tränke immer wieder neu in die Leiste ziehen musst. Ja. Ich regge irgendwie nicht und ich weiß nicht, wieso. Bringt mir Heiltränke und es passiert wieder nix. Backe Scheiße hier. Unfertiges Alpha-Spiel. Weiß nicht, was los ist. Er wird drei Heiltränke genommen und es passiert immer nix. Er wird mir sofort abgezogen. Mhm. Hast du wieder hier irgendwas drin, was dich dann auf eine HP sinken lässt, oder was? Nein. Das ist es ja. Ich habe es extra ausgenommen. Aber jetzt auch noch bei dem zweiten oder beim zweiten Skill. Oh. Weißt du, hast du sie gerade umgehauen? Stehen sie wieder auf hier. Total nervig. Ich habe nur einen HP. Was hast du denn? Nur da fünf komische Fehl. Jetzt geht's. Warum? Keine Ahnung. Ich habe jetzt in sämtliche meiner Skill-Leisten irgendeinen Splay reingehauen, der halt nicht der eine ist. Ich hoffe, dass es das jetzt ändert und das hat es dann tatsächlich getan. Ich denke mal, dass der sich da irgendwie festgesetzt hat oder so in das Spiel meint, ich hätte den immer noch aktiv. Mhm. Weiß zwar nicht wieso, aber... So ist das Spiel. So, und jetzt rauf auf den Radamend hier. Komme. Was der jetzt in den Traum geht. Das sieht gut aus. Weil ihr kein Leben, nur Mana. So, meine Gute. Light-Plate, Blue, Cypher, Grave und Heavy-Hoods. Jetzt regge ich nicht. Okay. Warum auch immer. Ich habe gerade mein Füll des Gehörten. Ich bin tot. Right-Click, Book of Skill. Achso, das ist dann wahrscheinlich, damit wir einen Skill-Point erlernen oder sowas. Ja, genau. Damit kannst du nochmal einen Skill-Point vergeben. Ich gebe mir meinen auf. Aha. Für, wenn ich Level 18 mal erreiche. Glaube ich. Welches Level habe ich eigentlich derzeit? 16. Darum noch ein bisschen. Wenn man es geht, wenn es geht, wenn es geht bei den Problemen. Gut zu etwas. Da kommt Feuer, Magier, Feuer, Magier, Feuer, Magier. Sie laufen bei mir vorbei. Jetzt nicht mehr. Jetzt weiß ich halt noch nicht, was ich jetzt in meiner Leiste habe. Das äh... Ah, kein Mana. Need Mana. Aha. Nicht? Nee, anderes Aha. Ich habe jetzt auch eine andere Attacke bei mir ausgewählt. Und jetzt... Kann ich auch wieder Leben regenerieren. Also anscheinend gibt es da tatsächlich einen Bug. Nö. So. Und was liegen da jetzt für tolle Schuhe? Wahnsinns-Schuhe. Also wirklich. Also total scheiße. Ja. Ich habe keine Scroll für die anderen Schuhe mehr. Toll. Aha. Okay. Weg damit. Scheiße. Hast du noch eine Scroll irgendwie? Nee, ne? Äh, nee, ich habe nur das Buch. Ich habe auch so ein neues Scroll bekommen. Deswegen... Ich habe auch so ein neues Scroll. Weißt du, wie sie sich weg? Ich habe jetzt hier noch ein Schuss schönes alles. Das war's. Ich wollte hier noch über rumgucken. Und, äh, war irgendwie wieder... Äh... Wenn wir ehrlich sind. Ich ruhig nochmal ein bisschen gucken, ob hier noch irgendwo Gegner sind. Wo ist denn? Auserfahrungspunkte. Warum? Doch komisch. Jetzt habe ich noch meine Aura wieder an, ne? Jetzt fände ich keinen Fahrer. Aha. Das ist der Paladin, aber das wird sich ziemlich verbraucht. Jetzt reckt er den, 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 den scheißen Arm. Bei dir zwei und jetzt reckt er den sofort. Mhm. Ich habe keinen Plan, was wir... ...gebrochen ist, wirklich. Totgepatcht. So ist es das. Aha, aha. Oh, ist an sich nicht verkehrt. Ich muss sogar irgendwo reinsetzen. So. Gemacht, getan. Was haben wir hier? Ah, das ist nicht so toll. Ich mache es auch mal da rein. So. Platz vergeben. Weiter geht's. Äh, bei den Sockgesteinen ist übrigens auch... ...und wenn du irgendwo mal socken solltest. Da steht immer dabei, äh, was dir das bringen würde, halt je nachdem, wo du es rein soffest. Und was für ein Slot. Ob das nur in der Rüstung reinsteckst oder in der Waffe. Ist unterhält unterschiedliche Werte. Jetzt meine Reife. Ich habe zwei hier. Kriegst du übrigens auch. Okay. Also auch du wechselst Leben. Ich weiß zwar nicht, ob dir das auch Mana abzieht, aber du, äh, wechselst auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob man das Mana abzieht. Also dazu muss ich erklären, warum ich immer so schnell umgekehrt. So. Hier ist eine Identifizierungsrolle. Würde ich da mal kurz mitnehmen. Ich nehme, äh, einfach mal das Gold mit. Du? Mir ist es einfach gut aufgehoben. Ja, ja, klar. Natürlich. Hast du Zweifel daran? Oh, es ist genau dieselben Schuhe geworden, die ich auch habe. Yay. Hat sich ja gelohnt. Jetzt gehen wir doch mal aus dem Weg hier. Meine Güte. Da gibt es nichts zu sehen. Leicht? Nein. Wadertrick, äh, Reiz. Gut, da hätten wir, glaube ich, gleich alles, ne? Ja. Haben wir alles. Hier kommen wir jetzt auch in Räume wieder rein, wo wir quasi schon waren. Und da können wir jetzt Town Portal nehmen und Chris abgeben. Komm mal auf. Krisch. Chris abgeben. Chris abgeben. Chris abgeben. Ja, irgendwie, das mit dem Rack ist irgendwie komisch hier.